ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Yo 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 Leute und Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Rocket League zusammen mit T-Arc 2 gegen 2 Ranked Hallo Oh, gefällt mir gar nicht Aber hier direkt eine Parade rausgehaut Ari So... Gute Hey da hat mir mein Bus geklaut! Der santa.... Oh mein Gott. Oh, so will ich weg. Oh. Wenn jetzt der nicht noch da wäre. Ups. Ui, ich fliege. Das heißt nicht fliegen. Du hast mich da hochgeschubst. Ja, jetzt fass ich wieder. Nee, machst du wirklich? Scheiße. Was zur Hölle. Außerweise war der Doppelsprung diesmal gut. Okay, geil. Das musst du dir gleich ansehen. Ich hab's gesehen. Ich bin die ganze Zeit dabei, die ein bisschen zu blocken und dann noch einmal die Maulung schicken. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen nicht gefahren. Hast du meinen Ball geblockt? Nein, das war ich nicht. Ist das nicht du? Bist du dir sicher? Ja. Genau, das ist ein Gegner. Ich hab mir eingebildet eigentlich, dass es blau war. Blau. Boah. Boah. Ich denk wieder ganz zurück hier. Ich bin nicht ganz zurück, ich bin nur ein bisschen zurück, ok? Oh mein Gott! Geilte Vorlage. Ja, ja, die war echt schön. Das war ein bisschen hässlich. Gut für uns, aber hässlich für ihn. Oh mein Gott. Noch machst du ihn rein, oder? Hab ich vorher, ja? Du Scheiß-Dealer. Ich hab ihn noch gar nicht gestimmt. Ja, du hast es getried, ok, das reicht schon. Eventuell. Oh, ich peil. Ui. Kein Boost mehr. Nicht schön. Nicht schon. Aber... Oh, ich peil. ... 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 Wir müssen uns einfach wieder mehr konzentrieren, weil jetzt wo wir konzentrierter spielen, da läuft es auch einfach wieder. Ah. Och, ey. Jetzt habe ich den noch ein Stück hochgelegt, ey. Oh. Oh, mein Gott. Der hat mich schon wieder versucht zu sprengen, oder? Warum musste mir genau jetzt der Boost ausgehen und warum failte ich jetzt an meinen Frontflip? Warum? Ich habe gerade die Verteidigung zwar gefällt. Na, ich hätte es eigentlich in der Zeit locker vorgeschafft, aber guck mal, ich springe einfach auf der Stelle und dann stehe ich auf der Stelle in der Luft rum und kann nichts machen, weil ich nicht mal Nitro habe. Ich glaube, wir haben es seit langem wieder in der Niederlagenfolge. Oh. 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 79, ja. Na Leute, ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen Aufnahme. Wir haben richtig verkackt, zweimal kassiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin, Servus und Ciao.